Hallo, hier ist Orangu. Wir sind eine multinationale Kooperation, spezialisiert in der Katering- und Hospitalitätsindustrie, mit über 50 Jahren Erfahrung. Für alle Ihre Restaurants, in unserem Kanal, viele Lösungen für Sie. Folle uns jetzt. Akitomo Akagi sagt in seinem Buch, Ich glaube, dass das, was wir jeden Tag mit unseren Augen und Händen sehen, uns Glück bringen kann, möge ich in meinem diskreten Körper schönen Dingen begegnen und durch sie geheilt werden. In der Tat, schöne Dinge können von denen gefühlt werden, die sie verstehen, und ihre eigene Schönheit kann das Herz erreichen. Der Teller ist etwas, das für Menschen, die hochwertige Lebensmittel fotografieren wollen. Ziemlich wichtig ist, also, ob ein Gericht den Appetit wecken kann. Das Aussehen zu verkaufen ist definitiv ein wichtiger Faktor. Machen Sie eine Mahlzeit sowohl lecker und gut aussehendes Essen, wird der Stimmungsindex sicherlich eine sofortige Explosion sein. Es gibt tausende von Tellern und Behältern sind zu viele. So sind hier zehn Repräsentative für Sie, die auch besser zu kaufen und preisgünstig Platten sind. Kaufen Sie nicht einen Stapel von Platten. Geeignet für Sie und häufig verwendet. Um die wichtige übereinstimmen. Die folgenden sind aus dem Taobao Online Shop. Grey Fleisch Platte mit Gewinde im japanischen Stil. Die Fäden dieses Tellers ähneln den Jahresringen von Bäumen im Querschnitt und geben ihm ein frisches Gefühl von Natur. Die unregelmäßigen schwarzen Glasurpunkte, rustikale und schlichte Töne und das einzigartige konkave und konvexe unregelmäßige Fadendesign verleihen dem gesamten Teller eine künstlerische Note und haben gleichzeitig einen antiken Geschmack. Preis? 8 Zoll, 28. 12 Zoll, 49 Yuan. Laden? Lototo. Exotische flache Platte. Auf den ersten Blick fielen mir die schillernden Granatapfelglasurblüten auf der Oberseite auf. Immer wenn ich diesen Teller zum Servieren von Speisen verwende, werde ich an das Gedicht von Sudesment erinnert? Inmitten all des Lächelns der Zeiten liege ich und schaue auf das Granatapfelrot draußen an der Wand. Die Kombination aus dem vielsamigen Granatapfel und den kleinen Blumen am Rand ist bezaubernd schön. Neben dieser Platte gibt es viele ähnliche Modelle von persischer, mexikanischer und böhmischer Eleganz und Charme. Dieser Teller eignet sich für Desserts und einfarbige Speisen, damit die eigentliche Geschichte des Tellers hervorgehoben werden kann. Preispunkt, 39 Dollar. Laden? Oh mit Jahr. Binaurale Subdisk. Die Farbe ist sehr frisch und komfortabel. Eine binaurale Platte. Unterteilt in lange und runde Modelle. Nachdenklich griff Design im Einklang mit der menschlichen Mechanik. Nicht mehr über die Endplatte heiße Hände zu kümmern. Die matt gefrostete Textur ist nicht nur rutschfest, sondern liegt auch sehr gut in der Hand. Mehrzweckteller? Alle Arten von Lebensmitteln Stil nach Belieben. Aber auch fühlen sich frei. Um ihre Tellerfähigkeiten zu verwenden. Auch toll mit kleinen bis mittelgroßen Fischen. Preis? Lang, 25. Rund 23 Yuan. Laden? Riete of Passage Huakai. Japanischer Vintage Keramikteller. Natürliche und elegante Farben und Muster. Die die japanische Ruhe und Eleganz zeigen. Als ob in dem japanischen Drama Late Night Cafeteria wie eine erholsame. Mit seiner dicken Textur und rustikale Farbe. Es ist eine dicke und solide Gefühl des perfekten Lebens. Mit verschiedenen Stilen von Lebensmitteln. Kann die tiefste Geschichte des Tellers besser hervorgehoben werden. Das Essen ist die Seele des Tellers. Es ist das Essen. Das dem Teller ein schillerndes Leben verleiht. Der Effekt ist perfekter mit kalten Speisen, Gewürzen und kleinen Gerichten. Preis? 6 Dollar minus 25 Dollar. Laden? Kawashimaya. Japanischer Stil Keramik personalisierte handgemalte Platte. Weißes Porzellan und handbemalte personalisierte Sailor Don mit einem unverwechselbaren Geschmack. Nicht nur voll von japanischen entspannt niedlich und elegante Atmosphäre hält auch die Spuren der Retro Nostalgie und die Schönheit der Zeit. Wenn ihr interessiert in unsere Videobeschreibst, dann folgt uns auf www.Romgook-4500-Restaurant-Choice. Wir werden Sie immer wiederholen. Bis zum nächsten Mal.